Das habe ich wenigstens geholt. Oh, ich bin ein paar Münzen. War mir nicht mehr sicher. Das ist ja heute auch wieder ein Jahr her. Ich sollte echt bald anfangen, weniger Let's Plays zu machen. Mega Let's Plays auf einmal. Trotz, dass ich das ganze Jahr schon dabei bin, eine Let's Plays zu binden und so, weil es nicht zu viel Platz gegeben hat, habe ich neue Let's Plays insgesamt. Pausiert plus... Wo ist eigentlich der Shop? Ich suche gerade die ganze Zeit in der Shop. Shop ist hier ok. Aber ich will jetzt den Mond. Den Mond habe ich. Ich will nicht wieder rein, Alter. Alter, das ist ja so schlimm wie ein Pokémon Sonnenmond. Alter, das ist ja so schlimm wie ein Pokémon Sonnenmond. Alter, das ist ja so schlimm wie ein Pokémon Sonnenmond. Alter, so ein Rüttermund, wo man, wenn man gegen eine Tür läuft, direkt rein, ne. Das stört mich ein Pokémon Sonnenmond sehr, ne. Das sollte zwar zwar sicher nicht gemeint, ne. Das stimmt hier in dem Mond. Der versteckt sich hier, ne. Es gibt irgendeinen Käppie-Typ, der einem den Hinweis gibt. Er wusste aber noch ganz genau, dass er hier war. Das ist ja so schlimm. Das ist ja so schlimm. Die Quadratmeter Hier Hier bei der Schlitte, ich soll B gedrückt halten, um abgedrücken. Und ich drücke A. Und ich weiß gar nicht, ich brauche mich die ganze Zeit so stößt. Das ist ein Let's Bay und dann wartet. Wisst ihr was mich interessieren würde? Und zwar ob man diesen Sprung hier alles so schaffen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglich ist. Es ist safe möglich. Es ist möglich, glaubt mir. Ich lass das nochmal. Wird grad diesen kleinen Köppenbarer machen. Okay, es geht nicht. Ich glaub, diese Sache gab es schon vorher. Ich war immer so schnell unterwegs, manchmal ist er auch mega langer unterwegs. So, ich weiß, dass hier in dem Level auch noch Lila-Münzen sind. Ich tue grad jeden Block abschicken. Oh, ich wollte kein Käppi-Bot fahren. Hab gemerkt, dass ich kein Käppi habe. Und du nervst. Oh, ich war. Hier sind es zwei. Oh. Panos. So lustig. Ich glaube, hier sind es auch noch. Da ist, glaub ich, irgendwo safe noch Lila-Münzen. Aber bei dem nicht. Oh, ein Pilz. Das wären wir ja hier im richtigen Mario-Spiel. Okay, das ist ein richtiges Mario-Spiel, aber ich glaub, ihr wisst, wie ich das meine. So. Über den ungewöhn... Unter der ungewöhnlichen Gegend. Okay. Ne, über der ungewöhnlichen Gegend. So, hier war noch. Stimmt. Die muss ich... Das waren die, die ich als allerletzte für jeden Kingdom gesammelt hab. Weil ich echt nicht gedacht hätte, dass hier noch welche sind. Jetzt mal im Ernst, wer kommt da drauf? Eine ungewöhnliche Gegend. Jetzt muss die Käppi gar nicht kommen, ne? Oh, halt, da ist weg, was kommt der Stein. So, jetzt so gespäne. So, haben wir gleich vier Mond wieder gesammelt schon. Na, okay, du bist groß und so. So, wollen wir mal sehen, welche Mond, äh, hart abfacken. Und die ich als erstes waren könnte. Äh... Mir fällt spontan das, äh... Oh, da war da grad der Vogel. Jo. Oh. Ich weiß grad, ich... Ich... Hab ich überhaupt gar nichts weggeführt. Okay, da... Schatten, Linke bliegt noch nicht alles an neuen Monden. Ne? Ist ja noch ein, äh... Bonus-Station zugekommen. So ist dieser Vogel. Von hier kann man ihn mal am besten erreichen, oder? So, wo ist dieser Vogel? Na ja, wisst ihr was? Ich bin mal schon später. Da... Ah, hierbei hab ich gerade diese seltene Wollstücke, die da kam, weil... Ähm... Ähm... Oh, das war knapp! Na hier geht's knapp zum Secret moon. Juhu... 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 Die... Ja, ich lehne mich sehr stark an Super Mario Lanzas, glaube ich, wo es diese Osterinselwelt gab. Das ist knapp. Das war knapp. Puh. Alter. Das war was knapp. Oh. Ende der durchsichtigen Plattform. Ja, das war auch knapp. Das nicht nur ein bisschen. So. Stimmt, der war's. Der Taxi Endbespringungsviel Cityland. Ah, stimmt. Der war's. Ja, stimmt. Der muss man dann durch die verschiedensten Welten folgen. Cityland. Ich glaub dann kommt Mondland, Kaskadenland und äh. Und äh. Pilzgültre schon danach wieder ins Wüstenland. Ich glaub schon wieder im Wüstenland gibt er. So, ich hab gesehen hier ist irgendein... Ja, hier. Im Moment hab ich hier den Mond schon gesehen. Es gibt ja immer gern so einen Mond. Wo dann so ähm. Ne, wo dann so ähm. Autos irgendwo sind. Und. Ich glaub wir uns für den Ballekin ja mal. Hier hinten. Das war's nicht. So. Ach stimmt der am Anfang. Da hab ich auch ein paar Plassif gebraucht. So. Wo war nochmal der Schlüssel? Okay. Der war hier. Ich wusste nicht mehr wo es weiter geht alter. Naja. Vielleicht hört man mal auf ähm. Ja. Wie im Gehung achten die Famas FK ne. Okay. Warte. Muss man dann wirklich so steil. Steil. Scheinend. Ja. Muss man. Ich sollte eigentlich 3 nehmen. Aber okay. Nehm ich halt nur 2. Wie im должна. Wie im Boden. Wie im Thunder. Wie im Untertitel. Wie im Untertitel.